Pelle Pusteblume von Andreas Thiel Kapitel 9 22 stadtliche große Haselnüsse befanden sich in dem prall gefüllten Netz. Pelle und Belga hatten den zweiten Fund ebenfalls zu einem Haufen zusammengelegt und betrachteten das Ergebnis zufrieden. Es ist nicht ungewöhnlich, dass es eine zweite Vorratskammer gibt, sagte Meister Sonnenblume schließlich, aber an diesem kleinen Bau hatte ich so etwas nicht erwartet. Mir stand stolz zwischen den beiden Haufen. Nachdem Belga durch seinen Sturz in den Eingang den Mäusebau entdeckt hatte, stand ihm die Ehre zu, als Finder genannt zu werden, aber alle waren sich einig, dass ohne Mias Neugierde und Einsatz die zweite Kammer niemals gefunden worden wäre. Somit stand fest, dass Mia mit 22 zu 13 in Führung gegangen war, was die Trophäe des besten Suchers anbelangte. Pelle schaute etwas nervös und nachdenklich auf die beiden Haufen. Wenn er nicht bald mehr Erfolg bei der Suche hätte, würde er die beiden kaum mehr einholen können. Wir sollten die Beute abholen lassen, sagt Meister Sonnenblume, während er in seiner Tasche wühlte. Als er gefunden hatte, wonach er suchte, stieß er ein erleichtertes Ahr aus und hielt ein Gegenstand in die Höhle. Das ist das Hund der Sucher. Jeder, der eine Gruppe in den Wald führt, bekommt ein solches Hund. Damit kann man Hilfe rufen, wenn man in Gefahr ist oder man ruft die Wagen, wenn man etwas gefunden hat, das abtransportiert werden soll. Das werden wir jetzt tun. In der Zwischenzeit wollen wir eine Pause machen. Pelle, Mia, Belger, kümmert euch bitte um Feuerholz, Feuer und Tee. Ich werde die Wagen rufen. Damit verschwand Meister Sonnenblume hinter dem nächsten Baum. Wenige Augenblicke hörten die drei Kinder wie er dreimal kurz und einmal lang in das Hund lesen. Es klang klar und hell und musste sehr weit entfernt noch zu hören sein. Nur wenige Minuten später saßen alle vier unter das Feuer, das sie wenige Schritte neben der Beute errichtet hatten. Über dem Feuer dampfte der Teekessel und die drei Kinder hielten schon voller Vorfreude auf ein heißes Getränk ihrer Becher in Händen. Meister Sonnenblume hatte zudem mit seinem Messer eine der großen Haselnüsse geöffnet und alle ließen sich ein ordentliches Stück des süßen und hellen Kerns schmecken. Mia goss allen einen großen Becher des duftenden Kräutertees ein und sie ließen es sich für eine kleine Weile gut gehen. Das war ein prima Start für uns, sagte Meister Sonnenblume schließlich. Nur wenige stoßen innerhalb der ersten ein, zwei Stunden auf einen solch großen und unentdeckten Vorrat. Pelle schaute Belger und Mia an, deren Gesichter vom Schein des Feuers erhellt vor lauter Stolz strahlten. In wenigen Augenblicken sollte der Wagen hier sein, der unseren ersten Fund abtransportierte. Kaum hatte Meister Sonnenblume diese Worte ausgesprochen, hörten sie schon das Wattern und Klappern der kleinen Räder, die sich den Weg über Laub und Wurzeln durch Schlangen und Schlaglöcher banden. Ah, da kommen sie ja schon, rief Pelle, als er die stattliche graue Maus erblickte, die den Wagen um eine Biegung zog. Sie schnüffelte nach links und nach rechts, als sie sich den drei Kindern und Herrn Sonnenblume näherte. Den Anblick von Pimpfen war sie von Geburt an gewohnt, doch der Aufenthalt im Wald schien das kleine Naugetier doch etwas zu unruhig. Auf dem Wagen sei so ein älterer Mann, der von Kopf bis Fuß in grün gekleidet war. Meister Sonnenblume schien ihn gut zu kennen, denn er ging lachend auf ihn zu und schüttelte seine Hand. Pelle und die anderen konnten nicht verstehen, worüber die Männer sprachen. Nach wenigen Worten sprang der Krutsche ab und gemeinsam verluden sie die Beute. Immer wieder kullerten Nüsse wieder vom Wagen herab, denn er war recht voll geworden. Damit keine der Nüsse verloren gingen, sicherten Pelle mit Belga und mir die wertvolle Fracht mit einem Netz. Die werden jetzt bleiben, wo sie hingehören, sagte Belga stolz, als sie die gut verpackten und verschnürten Haselnüsse betrachtet. Wir sehen uns heute Abend im Lager, rief der Kutscher noch über seine Schulter zurück, als er mit seinem Wagen um die nächste Biegung verschwand. Wenige Augenblicke später war auch das Klappern der Räder nicht mehr zu hören. Das war unsere erste Beute, stellte Pelle zufrieden fest. Lass uns nach der nächsten suchen. Mittlerweile waren Pelle und die anderen schon wieder einige Zeit umhergegangen, hatten Hecken, Bäume und Laubhügel untersucht. Hier und da hatten sie eine Kastanie, ein paar Eicheln oder Beeren, unter einem Strauch sogar drei große helle Walnüsse gefunden. Ein erneuter großer Fund blieb jedoch aus. Pelle und Belga waren aber keineswegs enttäuscht. Der Fund im Mäusebau hatte sie so stolz gemacht, dass sie immer weiter gruben und wühlten, kletterten und späten, ohne jemals müde zu werden, wie es schien. Mia war den beiden eifrigen Jungs jedoch noch immer einen Schritt voraus. Sie schaute eben nicht unter jedes Blatt und hinter jeden Stein. Sie versuchte, die wirklich interessanten Plätze zu finden und schritt den Blick meist nach oben gerichtet und ihren Stock fest in der Hand zwischen den Bäumen und vornen umher. Sie suchte nach Bäumen, die besonders große oder besonders viele Astlöcher hatten. Dort würden auch die meisten Eichhörnchen ihre Nester haben, von denen hoffentlich einige nicht mehr bewohnt waren. Das kam im Wald häufiger vor. Manche der Eichhörnchen waren schlicht in einem anderen Baum ein größeres und bequemeres Astler oder sogar in einen anderen Wald gezogen. andere hingegen hatten vielleicht auch einen Job als Eichhörnchen-Taxi im Dorf der Pimpfe oder einem anderen Ort übernommen. Was auch immer der Grund war, viele Nester, Baumhöhlen oder Vorratskammern waren verlassen. Man musste sie nur finden, bevor es die Verwandtschaft des ehemaligen Bewohners tat, denn die waren ebenfalls ganz scharf auf die Hinterlassenschaften der Verzogenen. Nach einer Weile blieb Mia unvermittelt stehen und schaute mit großen, neugierigen Augen am Stamm einer wunderschönen alten Ahorns hinauf. Die Nachmittagssonne schien durch die dichten Äste und der Stamm schimmerte im Licht, an manchen Stellen grün und glatt, an manchen Stellen braun und schuppig und an wieder anderen Stellen beinahe selblich. Doch was Mia besonders auffiel, das waren die zahlreichen dunklen Flecken, die meist oberhalb von dicken Ästen am Stamm saßen. Sie stand dort und kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können. Pelle und Belga, die gerade wieder ohne Erfolg einen Laubhaufen durchsucht hatten, sahen ihre Freundin auf einer Wurzel stehen, den Kopf in den Nacken gelegt und Gedanken verloren nach oben schauend. Was ist dort? Hast du etwas entdeckt? fragte Pelle seine Freundin. Mia erschrak leicht. Sie hatte sich so sehr auf die dunklen Punkte am Stamm konzentriert, dass sie die beiden Jungs gar nicht bemerkt hatte, die nun direkt neben ihr standen. Ich bin mir nicht sicher, sagte sie nach einer kurzen Pause zögerlich. Seht ihr die dunklen Flecken dort im Baum? Die beiden Jungs richteten ihren Blick ebenfalls nach oben und betrachteten den hohen und geraden Stamm Stück für Stück. Das sind ja mindestens fünfzehn, sagte Belga schließlich. Sind das Löcher im Stamm? Meister Sonnenblume hatte sich inzwischen auch zu den dreien gesellt und blickte ebenfalls in die gleiche Richtung, in die die Kinder schauten. Gute Arbeit, sagte er schließlich zufrieden. Das sind Astlöcher. Dort finden wir mit Sicherheit eine Menge Eichhörnchen-Nester. Wer klettert dort hinauf? Die Frage war schnell beantwortet. Pelle, der von den dreien der beste Läufer und Kletterer war, meldete sich ohne zu zögern. Die beiden anderen Kinder waren sofort einverstanden, denn sie wussten, dass Pelle schneller und sicherer dort hinauf käme, als sie es könnten. Wenn du Vorräte finden solltest, wirf sie einzeln zu uns herunter, wies Meister Sonnenblume ihn an. Wir werden hier unten einen größeren Haufen Laub aufhäufen. Du musst versuchen, die Nüsse in diesen Haufen fallen zu lassen, damit sie nicht beschädigt werden. Der Baum war nämlich viel zu hoch für das Pimpfseil und das Netz, mit dem sie die Beute aus dem Mäusebau heraufgeholt hatten. Hier mussten sie anders vorgehen. Lass uns beginnen, sagte Pelle schließlich und begann seinen Aufstieg. Seinen Stock hatte er am Fuß des Baumes an eine Wurzel gelehnt und nun begann er an einer atemberaubenden Geschwindigkeit an knorriger Rinde, kleineren und größeren Ästen und herabhängenden Zweigen den Baum zu erklimmen. Mia und Belga befolgten Meister Sonnenblumes Anweisungen und sammelten immer mehr Laub, das sie unterhalb der Astlöcher in geringer Entfernung zum Stamm auslegten. »Wie ein riesiges Bett«, rief Belga, als sie beinahe fertig wurden, und ließ sich mit einem lauten »Juchu« hineinfallen. »Du solltest dort nicht liegen bleiben«, sagte Mia grinsend, »es sei denn, du willst etwas auf den Kopf bekommen.« Belga schaute sie fragend an, dann schaute er nach oben. Er konnte Pelle zwischen all den Ästen nicht mehr sehen. Der Junge runzelte die Stirn und kniff die Augen fest zusammen. In diesem Augenblick kam aus einem der dunklen Löcher etwas herausgeflogen, das wie ein Stein oder ein großer, runder Pilz aussah und schnell näher kam. Belga machte einen Satz von seinem Laubbett herunter und nur einen Augenblick später landete genau an dieser Stelle mit einem dumpfen Geräusch eine wunderschöne, große Walnuss. Belga schaute überrascht die Nuss an und dann wieder hinauf zu der Stelle, von der sie geflogen kam. Pelle Pusteblume streckte in diesem Moment seinen Kopf aus einem der dunklen Flecken und winkte dem überraschten Belga und der lachenden Mia zu. »Volltreffer«, rief er, womit er natürlich meinte, dass er eine Vorratskammer gefunden hatte und nicht, dass er so gut ins Ziel getroffen hatte. Nur einen Augenblick später war er wieder in dem Loch verschwunden und es begann weitere Nüssen, Nüsse, Eicheln und Buchäckern zu regnen. Immer mehr Leckereien kamen aus dem Loch geflogen und landeten auf dem Laubhaufen. Purzelten hinunter und kullerten umher. »Pelle«, rief Meister Sonnenblume irgendwann und schaute zu der Stelle, wo der Junge im Stamm verschwunden hat. Doch nichts geschah. »Pelle Pusteblume«, rief er erneut, indem er die Hände vor dem Mund zu einem Trichter formte. Die Antwort kam zuerst in Form einer weiteren dunkelbraunen Eichel. Dann erschien Pelles Kopf im Loch, jedoch in einem völlig anderen Loch als dem, in das er hineingeklettert war. »Ich bin hier.« »Was gibt es denn?«, rief der Junge. »Es ist nicht mehr viel hier.« »Wir haben es gleich geschafft.« »Gut, genau das wollte ich wissen«, antwortete Meister Sonnenblume. Ein paar Minuten später war es tatsächlich geschafft. Pelle war den Stamm ebenso flink und geschickt wieder hinuntergeklettert, wie zuvor in die entgegengesetzte Richtung den Stamm hinauf. Nun standen die vier Pimpfe um das Ergebnis ihrer Arbeit herum. »Mia und Belga hat die umherkullernden Früchte eingesammelt und sortiert.« »Meister Sonnenblume« sofort die Stückzahl notiert. Das Gesamtergebnis waren nun sieben weitere Haselnüsse verschiedener Größe und Form, neun kleine und große Walnüsse, 13 Eicheln in grün und braun und schließlich noch etwa ein Dutzend Bucheckern, die kleinsten unter den gefundenen Früchten. Diese galten übrigens auch unter Pimpfen eher als kleiner, schmackhafter Happen für zwischendurch. Somit standen die drei Kinder und Meister Sonnenblume nun für vier stattlichen Haufen. Sie betrachteten die Beute und waren sehr mit sich zufrieden. »Das dürfte uns im Rennen um das beste Ergebnis weit nach vorne bringen«, sagte Pelle zufrieden. Er hatte seinen Wunsch nach dem Rekord noch nicht vergessen. »Das ist richtig«, stimmte ihm Meister Sonnenblume zu. »Aber bevor wir das Endergebnis denken, ist es Zeit, die Wagen zu rufen, die unsere Beute abholen können.« »Ich bin gleich zurück. Haltet bitte so lange Wache hier.« »Damit verschwand er mit flinken Schritten zwischen Büschen und alten abgestorbenen Ästen und nur wenige Minuten später hörten die drei Kinder erneut das bekannte Geräusch des Hundes, das die Wagen herbeirief.« Die Beute war verladen. Meister Sonnenblume unterschrieb noch den Zettel, auf dem jede einzelne Nuss und jede Eichel aufgelistet war und die Namen der entsprechenden Sucher standen. Damit war gewährleistet, dass jede Beute auch der jeweiligen Gruppe zugeordnet werden kann, die sie gefunden hat. Wenn erst einmal alle Nüsse auf dem großen Sammelplatz auf Haufen geschüttet und gesammelt werden, lässt sich nicht mehr sagen, wer sie eigentlich gefunden hatte. Deshalb hatte sich vor vielen Jahren Fitch Fingerhut, der Großvater von Bürgermeister Fingus Fingerhut, das System mit den Zetteln ausgedacht, als er selbst noch Bürgermeister der Pimpfe war. Dieses System funktionierte nach wie vor tadellos und deshalb sahen die Pimpfe auch keinen Grund, daran etwas zu ändern. Schon nach kurzer Zeit kehrte Meister Sonnenblume zu den drei Kindern zurück. Belga, Mia und Pelle standen bei ihrem Fund und lachten und scherzten. So stolz und zufrieden waren sie. »Wir wollen auf die Wagen warten«, sagte der Meister lächelnd und fügte hinzu. »Wer möchte eine schöne heiße Tasse Tee?« »Wir wollen auf die Wagenfendimier Quellen«, wo der predictions im Jahr mercy… »